Stell dir mal Folgendes vor. In einer nicht allzu fernen Zukunft planst du einen Urlaub im Weltraum und du musst dich entscheiden, was du mitnehmen willst. Aber anstatt die Wettervorhersage zu checken, öffnest du einen Schwerkraftsimulator. Denn du willst wissen, wie sich Gegenstände auf den Planeten verhalten. Solltest du zum Beispiel diese Metallschaufel mitnehmen oder nicht? Deine Reiseroute ist sehr, sehr lang. Denn du willst jeden Planeten im Sonnensystem besuchen und auch ein paar Monde. Aber wegen der unterschiedlichen Schwerkraft auf den Himmelskörpern bist du unsicher, wie nützlich einige der Dinge sind, die du eingepackt hast. Aber lass uns mit den Basics anfangen. Tupperware. Ich weiß nicht, wie es andere Raumfahrer handhaben, aber wir Erdlinge nehmen unsere Tupperware quasi überall mit hin. Aber wenn du sie zum Beispiel zum Merkur mitnimmst, würde sie wahrscheinlich einfach in die Atmosphäre fliegen. Diese Plastikbehälter, in denen du hervorragend dein Essen aufbewahren kannst, sind ziemlich leicht. Und da die Schwerkraft auf Merkur zweieinhalbmal schwächer ist als auf der Erde, musst du deinen Behälter ordentlich voll machen, bevor du ihn zum Picknick aus dem Raumschiff holst. Deine Tupperware wiegt auf der Erde etwa 250 Gramm. Aber auf Merkur wiegt sie nur ein Viertel davon. Wenn du aber ein paar Bananen, eine Handvoll Babymöhren und zwei Wassermelonen reinlegst, könntest du alles sicher aus deinem Raumschiff holen. Du wirst nur Schwierigkeiten haben, das alles in die Standardgröße zu quetschen. Aber warte mal, bevor du das leckere Obst da reinsteckst, denk dran, dass die atmosphärische Temperatur auf Merkur bis zu 430 Grad Celsius erreichen kann. Das bedeutet, dass jeder Plastikbehälter sofort schmilzt, sobald er auf Merkur ausgepackt wird. Das Essen würde also auch sofort verbrennen. Du könntest einen Behälter aus Titan nehmen. Mit dem könnte das klappen. Oder nimm einfach Astronautenessen mit. Kommen wir jetzt zur Venus? Okay, wenn du deine leere Tupperdose mit auf die Venus nimmst, würde sie sich ähnlich verhalten wie auf der Erde. Du weißt ja, die Venus ist quasi der Zwilling unseres Planeten. Beide haben viel gemeinsam, zum Beispiel eine ähnliche Größe und Masse. Und wenn es um die Schwerkraft geht, lautet die Formel, je größer die Masse und je größer die Dichte, desto stärker ist die Schwerkraft. Die Schwerkraft der Venus ist nur etwa 10 Prozent schwächer als auf der Erde. Du kannst also dein Raumschiff mit deiner leeren oder vollen Tupperdose verlassen, ohne dass dein leckeres Essen von der Venus-Oberfläche fliegt. Jetzt musst du dir nur noch überlegen, wie du isst, ohne deinen Raumanzug auszuziehen. Das sage ich, weil die Atmosphäre der Venus reich an Schwefelsäure ist, die deine Nase und deinen Rachen reizen, was das Atmen erschwert. Oder schlimmer. Viel schlimmer. Auf Phobos brauchst du gar nicht erst auf die Idee kommen, etwas Leichtes mit nach draußen zu nehmen. Nein, Phobos ist keine griechische Insel, auch kein griechischer Joghurt, obwohl der Name cool ist. Es ist einer der Marsmonde. Auf ihm bräuchte sogar dein Raumschiff ein wenig Hilfe, um nahe am Boden zu bleiben. Alles, was so schwer ist wie ein Bus, könnte jeder normal große Mensch mit nur einer Hand heben. Auf Phobos spüren wir Erdbewohner kaum die Auswirkung der Schwerkraft. Sei also vorsichtig, wenn du da herumspringst. Ein Sprung und du könntest ungebremst ins Weltall fliegen. Passagiere an Bord des Raumschiffs Voyager, bitte lasst Arme und Beine zu jeder Zeit im Schiff. Wir nähern uns Jupiter, einem Gasriesen. In seiner Atmosphäre wütet ein nicht enden wollender Sturm. Und Jupiter hat keine feste Oberfläche, was bedeutet, dass wir auf diesem Planeten nicht landen können. Wenn du aus dem Fenster schaust, sieht es so aus, als würdest du durch eine dichte Wolke fliegen. Aber für den Zweck deines Experiments ist es perfekt hier. Wirf den Baseball in die Luft, den du eingesteckt hast, falls dir im Raumschiff langweilig wird. Und miss die Zeit, die der Ball braucht, um runterzukommen. Wenn der Ball auf der Erde mit einer Geschwindigkeit von 7 Metern pro Sekunde fällt, kommt derselbe Ball auf Jupiter mit einer zweieinhalbmal so hohen Geschwindigkeit runter. Das liegt daran, dass Jupiter mehr als 10 Mal so groß ist wie die Erde und dazu noch etwa 300 Mal schwerer. Wenn du mit deinem Raumschiff ein wenig zur Seite fliegst, kommst du zu einem der Jupiter-Monde. Auf Europa sieht die Sache schon ganz anders aus. Wenn du hier einen Baseball in die Luft wirfst, wirst du ihn nie wieder sehen. Die Schwerkraft ist dort so gut wie nicht vorhanden. Das bedeutet, dass nicht nur der Baseball, sondern auch du jede Sekunde wegfliegen könntest. Wenn du aber mutig bist und das Raumschiff verlässt, um Europas Gravitationsfeld zu erkunden, dann versuche doch, dein Raumschiff anzuheben. Auf Europa können wir Erdlinge problemlos bis zu 450 Kilo heben. Das entspricht einem ausgewachsenen männlichen Elch. Du kannst auch neun Menschen heben, die eine pyramidenartige Formation bilden. Du hast die Wahl. Wenn du dich dem Saturn näherst, sei vorsichtig. Aus der Ferne sehen die Saturnringe zwar glatt und fest aus, aber wenn du näher kommst, siehst du, dass sie aus Eis- und Gesteinsbrocken bestehen, die im Raum schweben. Steuer dein Raumschiff lieber nicht in ihre Nähe. Außerdem gibt es auf Saturn keine feste Oberfläche, was eine Landung unmöglich macht. Ach, und die Atmosphäre ist voll von Ammoniak. Das ist also eine ziemlich unwirtliche Umgebung für uns Menschen. Im Raumschiff findest du einen Haufen Science-Fiction-Bücher. Genug, um ein ganzes Bücherregal zu füllen. Insgesamt müssten sie etwa 200 Kilo wiegen. Ja, das sind so viele Bücher. Und wie jemand mit Superkräften versuchst du, 100 Kilo auf einmal zu heben. Aber du schaffst es nicht. Denn die Schwerkraft der Saturn ist der Erde ziemlich ähnlich. Falls du vom ganzen Gerede über Schwerkraft verwirrt bist, erkläre ich den Begriff kurz. Die Schwerkraft eines Planeten ist die Kraft, mit der ein Planet oder ein anderer Weltraumkörper Objekte zu seinem Zentrum zieht. Wenn du also deine neue Sci-Fi-Sammlung in deine Kabine schleppen willst, fragt die Crew, ob ihr mit dem Raumschiff zu einem benachbarten Planeten mit einer schwächeren Anziehungskraft fliegen könnt. Zum Beispiel zu Pluto. Ja, ich weiß, Pluto ist kein richtiger Planet mehr. Er wird nur noch als Zwergplanet behandelt, der am weitesten von der Sonne entfernt ist. Du brauchst einen besonders warmen Raumanzug, um ihn zu besuchen. Pluto ist eiskalt und hat eine winzige Oberfläche, weil er so klein ist, kleiner als unser Mond. Aber er ist ein toller Ort, um deine Kraft zu testen. Während es auf der Erde für einen normalen Menschen fast unmöglich ist, einen Elefanten zu heben, kannst du auf Pluto problemlos einen Baby-Elefanten mit einem Gewicht von gut 120 Kilo hochheben. Wahrscheinlich schaffst du da sogar einen mittelgroßen Elefanten, der um die 900 Kilo wiegt. Auf dem Heimweg machst du einen Zwischenstopp auf Uranus. Das ist der kälteste Planet in unserem Sonnensystem. Seine Durchschnittstemperatur beträgt etwa minus 200 Grad. Wenn du also unvorbereitet aus dem Raumschiff steigst, wirst du mitten in der Bewegung einfrieren. Obwohl die Schwerkraft auf Uranus der Erde ziemlich ähnlich ist, gibt es eine Sache, die ganz anders abläuft, und zwar die Zeit. Ein zweiwöchiger Ausflug auf der Erde wird auf Uranus zu einem dreijährigen Urlaub. Okay, du hast genug von diesen kalten Planeten. Lass uns zu wärmeren zurückreisen. Ahem, okay, Mars ist definitiv wärmer als Uranus, aber seine Durchschnittstemperatur liegt trotzdem noch bei biberhaften minus 60 Grad. Auf der Erde haben wir nur am Südpol im Winter so niedrige Temperaturen. Wenn du auf dem Mars landest, wirst du dich leicht und extrem stark fühlen. Die Schwerkraft des Mars ist zweieinhalbmal schwächer als die der Erde. Mit anderen Worten, du wirst dein eigenes Körpergewicht ohne Schwierigkeiten stemmen können. Hey, du wolltest doch schon immer diese coolen Handstand-Moves machen? Hier wird dein Traum endlich wahr!